Es ist ein Kampf, ich habe gut gewonnen, ich habe natürlich seine Fräsche zugehalten. Max Koga ist wieder fit und sagt, ich will jetzt diesen Rückkampf haben. Ich kann mir vorstellen, die Jungs bei NFC, die würden das auch gerne umsetzen. Wärst du bereit dazu? Er hat eine zu große Fräsche in der Vorhand gehabt und hat nichts gemacht im Octagon. Nach dem Kampf geht er wieder sprechen und dann denke ich, lass mal erst mal sehen. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Bergmann, der junge Herr. An meiner Seite ist der NFC Champion im Federgewicht. Janu Ernst, der am 2. April seinen Titel verteidigen wird. Im Hauptkampf von NFC 8, in einem Rückkampf gegen Mert Özildirim. Und wie das so bei uns Usos ist, haben wir die beiden natürlich an den schwarzen Tisch gesetzt, an den Black Table zu einem Face-Off. Der verlief ungewohnt freundlich, ihr wart euch sehr einig. Es gab wenig Trash-Talk, war aber auch zu erwarten, oder? Ja, natürlich. Wir sind beide Jungs. Da muss es passieren. In Kefić. Ich kann sprechen, was er will. Du musst mit den Füßen das machen. Ich respektiere das. Ist dir lieber, als wenn im Vorfeld so viel Blödsinn erzählt wird? Das bringt etwas extra Spannung mit sich. Aber das bleibt es selbst. Das muss passieren. Und wenn ich, ich bin nur ein ganz normaler Typ, aber wenn ich in der Cage gehe, dann bin ich ganz anders. Da habe ich eine ganz andere Mentalität. Und dann bin ich ganz, dann bin ich so hungrig und bin ich ein bisschen Psycho oder so. Ja. Im guten Sinne. Im guten Sinne, ja. Im guten Sinne natürlich. Natürlich kann Trash-Talk vor einem Kampf sehr, sehr viel Hype erzeugen. Ja. Das hat beim letzten Mal ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber man hat beim letzten Mal auch gesehen, dass so ein Hype sehr, sehr schnell gekillt werden kann. Ja. Wie hast du den Sieg erlebt? Diesen krachenden Knock-Out gegen Max Koga? Ganz normal, ja. Diesen Kampf. Ich habe gut gewonnen. Ich habe natürlich seine Fräsche zugehalten. Und ja, ich weiß nicht. Ich bin da so ganz normal unter. Es geht weiter. Das ist Kampfsport. Das passiert. Das ist ein Junge, der Trash-Talk mag. Der andere Junge, der ist ganz freundlich. Und weißt du, es sind Leute, wo ich gegen mich kämpfen muss. Und den nächsten Tag, ja, habe ich gegen ihr gekämpft. Und gutes Liebe weiter, ja. Das stimmt. Aber wie gesagt, das war schon ein sehr, sehr großer Kampf. Es war eine Menge Hype. Es gab diesen Trailer, wo es auch relativ heiß herging beim Dreh. Das wissen die meisten gar nicht. So viel auch zum Thema. Wir faken diesen Streit zwischen den Kämpfern. Also wenn ihr wüsstet, was da hinter den Kulissen manchmal läuft. Und es war eine volle Halle. Es gab Frankfurter Fans. Du hast viele Fans mitgebracht. Die Stimmung war bombastisch. Und man hat auch gemerkt, nach diesem Titelgewinn, nach diesem K.O. Du hast schon sehr, sehr gefeiert. War dieser Sieg doch nochmal etwas Besonderes? Ja, natürlich. Ich habe viele, was ich nicht erwartet habe, waren viele deutsche Fans. Was ich habe mitgenommen, dass die mich an haben geschrieben. Oh, gute, beste Grüße von Deutschland. Und natürlich auch, ja, mein nächster Gegner hat viele Follower auf Instagram. Und ist ein Typ, der viel redet und viel spricht und etwas. So, ja, das Hype, was er hat, das geht einmal ein klein bisschen zu mich. So, ich habe ein klein bisschen Cloud von ihm gehabt. Und wir haben uns vorhin schon unterhalten. Du hast gesagt, bei dir zu Hause in den Niederlanden. Oder du hast gesagt, in Deutschland bist du immer der Ausländer, der Niederländer. Aber zu Hause in den Niederlanden bist du eben auch einer, der immer im Ausland kämpft. Ja, also du bist so ein bisschen zwischen den Welten. Ja. Wie hat man den Sieg dort aufgenommen? Ich muss nur sagen, dass mein nächster Gegner, Max Koga, dann ein erfahrener Jung war. Und auch viele Leute könnte er. Die holländischen Leute haben auch so, okay, er ist auch richtig so gut, wie er sagt, dass er ist. Und auch in Holland waren viele Male Jungs so, ja, doch der Hype kam viele Male mehr. Auch viele Leute, die mich in Holland haben abgeschrieben und kommen vorbei, wir müssen Interview machen und hey, willst du Fotoshoot mit uns machen und so. Auch der ganze Hype ist natürlich, nach dem Kampf ist es natürlich wahnsinnig gewesen, ja. Das hat man tatsächlich gemerkt. Also wenn ich deine Social Media Kanäle verfolge, du bist ständig irgendwo Interviews am machen, in Podcasts eingeladen, in irgendwelchen Shows eingeladen. Also da hat sich schon was getan und ich glaube auch bei Kämpfern hat sich was getan. Du hast gemeint, du bekommst mittlerweile Anfragen zum Sparring zu fahren von auch großen Namen. Ja, ja, viele gute Jungs. Ich bin jetzt mit Ilyas Bollet ein bisschen so ein Schreiber und er hat mich auch gesagt, komm vorbei, wir müssen nur trainieren. Und ja, das waren Jungs, die ich immer so, boah, er ist richtig gut. Aber nur bin ich, ich fühle auch, dass ich richtig das Niveau bin von den Jungs. Ich könnte nur richtig sagen von mich selbst, dass ich, wie ich immer so die Jungs habe gekocht, so bin ich nur auch. Ich bin auch nur das Niveau, weißt du. Für den Max-Kurka-Kampf war ich noch ein klein bisschen das Prospekt. Aber ich habe nur auch durch einen schnellen Knockout und eine gute, gute gelände Hände, habe ich das auch lassen sehen, dass ich nicht so mal ein Prospekt bin. Und das hat mich auch ein klein bisschen so an einem anderen Level gemacht. Aber ich bin auch immer der normale Jano und auch wieder in das Rückkampf mit Mert muss ich wieder das lassen sehen, wie das macht. Und ja. Also du bist definitiv kein Prospekt, kein Talent mehr, sondern mittlerweile ja der Champion, das muss man schon mal sagen. Aber, und auch da hast du recht, ein Champion muss sich in jedem Kampf neu beweisen. Und als nächstes steht eine Herausforderung an mit Mert Özildirim, die nicht einfach wird. Und das weiß niemand mehr als du, denn ihr beiden habt schon gegeneinander gekämpft. Wir haben uns gerade den Kampf auch nochmal angeschaut am Black Table. Was nimmst du aus diesem Kampf mit? Es war ja ein sehr, sehr knapper Kampf, sagen die meisten. Du selbst sagst, nö, nö, den habe ich schon klar gewonnen. Ja, was ich da mitnehme ist, dass ich das Gameplan für den Kampf habe. Weiß ich, was ich habe müssen machen. Das habe ich gemacht. Aber habe ich das müssen machen, wie ich das machen wollte, dann war das ein ganz anderer Kampf gewesen. Und nur jetzt muss ich mit meiner Trainierung klappen, wie das geht, laufen. Aber ich will nur ganz anderes Gameplan zinkommen. Ich darf nur viele Male mehr Risiken nehmen. Ich muss auch die Risiken nehmen. Ich muss nur auch jetzt eindeutig sehen. Ich muss nur auch lassen sehen. Okay, ich habe das dann safe gemacht. Nun muss ich lassen sehen. Ich war besser. Und ich lasse das auch sehen am 2. April. Okay, du sagst also beim letzten Mal ein bisschen auf Nummer sicher gegangen. Warum? Weil ich das gewinnen muss. Ich habe keine Kämpfe bekommen. Wenn ich im Kampf war, war das so in einem Ausland, weil niemand von dem Kampf etwas mitkriegt oder etwas. Und ja, das war für mich ein Gewinn, was ich gewonnen muss machen. Ich muss in Deutschland, muss ich stabil sein und nicht so viel Fehler machen, um den Kampf zu gewinnen. Und das war für mich, Kampf 1 mit Merck war für mich gewonnen. Ich muss den Gewinn holen, ohne Risiko. Klar. Ja, und diesmal ist es nun eine etwas andere Ausgangsvoraussetzung. Kein Trash-Talk, wenig böses Blut oder gar kein böses Blut im Vorfeld. Ihr schüttelt euch die Hände, ihr seid euch da einig. Ändert das auch was an deiner Herangehensweise? Weil ich meine, klar, es ist alles nur Talk und es gehört zum Game dazu. Es ist Business. Aber trotzdem ärgert es einen ja, wenn man solche Sprüche an den Kopf geworfen kriegt, wie vielleicht von Max. Jetzt ist das alles ein bisschen entspannter. Wenn du entspannter auch in diesen Kampf gehst, ändert das auch was an deinem Kampfstil? Ich gehe nicht entspannter Kampfen. Wenn jemand gegen mich Trash-Talk, kommt ein klein bisschen dabei. Aber schau mal an, 2 April. Ich gehe nicht wühl, wühl die Kampfe. Ich bin noch immer dran. Jeder Mann, der in den Käfig gestanden hat, weiß, was kann passieren. Du kannst nicht gefocust sein oder etwas. Und du kannst nicht... Ja, das Auge hast du sehr stark gemacht oder nicht. Du kannst noch immer kein hart K.O. gehen. So, du musst immer gefocust sein. Ja, hundertprozent. Jetzt soll man natürlich nicht über den nächsten Kampf hinaus blicken. Nichtsdestotrotz müssen wir das Thema hier nochmal ansprechen. Denn ich weiß, dass da jemand wartet sozusagen an der Seitenlinie, der auch gern einen Rückkampf hätte gegen dich. Ich nehme mich Max Koga. Ich weiß, du kannst den Namen langsam nicht mehr hören. Wir gehen ja davon aus, du verteidigst jetzt den Titel und so weiter. Ich meine, es kann immer alles passieren. Max Koga ist wieder fit und sagt, ich will jetzt diesen Rückkampf haben. Ich kann mir vorstellen, die Jungs bei NFC, die würden das auch gerne umsetzen. Wärst du bereit dazu? Ich muss erstmal den Kampf gewinnen gegen Mert. Das ist, wo mein Fokus nur ist. Und dann gucken wir mal an. Ich glaube, ich denke, dass jeder Mann hier in Deutschland auch weiß, was mein Ziel ist. Ich will die UFC bekommen. Und ja, ich weiß noch nicht. Er hat eine zu große Fresse in der Vorhand gehabt und hat nichts gemacht in Octagon. Nach dem Kampf geht er wieder zu sprechen. Und dann denke ich, lass uns erst mal sehen. Mach einen Kampf gegen jemand anderes. Und lass sehen, dass du noch immer gut kämpfst oder nicht. Das ist noch ein klein bisschen eine offene Frage. Eine offene Frage. Also du sagst, er muss sich den Rückkampf erst noch verdienen? Ja. Wenn ich verloren habe, habe ich auch den Rückkampf bekommen? Das ist eine gute Frage. Jetzt musst du den Matchmaker, Max Mert, fragen. Ja, ja, ja. Ja, es gibt natürlich, also es gibt ja zwei Arten, da zu argumentieren. Also, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, für welches Lager ich mich entscheiden soll, weil ich natürlich Lust hätte, den Kampf zu sehen. Ich kann aber auch deine Ansicht verstehen. Der eine sagt, er war Champion, ist schnell K.O. gegangen, hätte ja auch ein Lucky Punch sein können. Was ich nicht glaube, aber hätte ja sein können. Habst du so gesehen? Ja, ja. Er ist gekommen, boom. War kein Lucky Punch, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber es gibt Leute, die das sagen. Und die sagen, gut, schneller K.O., kann man mal Rückkampf machen. Es gibt aber auch das andere Lager, das sagt, also bei so einem eindeutigen K.O., bei so einer Niederlage, darf es keinen Rückkampf geben. Also muss er sich erst den Rückkampf erarbeiten? Jemand anderen schlagen vorher? Das ist der Max. Das ist der Max. Wenn ich ganz ehrlich sein muss, er muss sich wieder, wie jeder Mann, einen Kampf machen, damit er wieder einen Kampf gut macht für den Gürtel. Wenn ich verloren habe, muss ich auch wieder gegen einen anderen kämpfen, um wieder dach nah für den Gürtel zu kämpfen. Aber es will nicht sagen, dass der Junge einen guten Namen hat, dass er wie Gordon McGregor so machen könnte. Du bist kein hart K.O. gegangen und du stehst hoffentlich nur mit zwei Beinen am Boden und du musst mehr zu oben kommen. Du kannst nicht einmal zu oben springen. Das ist meine ehrliche Sache, wie ich das bringe. Ja, ganz ehrlich. Ja, ganz klare Ansage von Janu Ernst. Und du hast natürlich vollkommen recht. Im Prinzip sind das Sachen, mit denen du dich noch gar nicht beschäftigen kannst. Denn am 2. April wartet erstmal eine andere, sehr, sehr schwere Aufgabe mit Mert Özgildirim. Der Rückkampf eines sehr, sehr spektakulären Duells aus dem Jahr 2021. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, den ersten Fight könnt ihr euch anschauen. Bei uns auf dem Kanal ist der verfügbar als Free Fight. Sehr, sehr sehenswertes Duell. Ihr könnt ja mal selber punkten und unterschreiben, was ihr glaubt, wer diesen Kampf gewonnen hat. Ich tue mich da mit einer Bewertung sehr, sehr schwer. Ich freue mich auf den Rückkampf. Dann werden klare Fronten geschaffen. Jano, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das letzte Wort, falls du jemanden grüßen möchtest, Sponsoren etc., dann bitte. Das erste Mal, ich will meinen Sponsoren bedanken, 2 Evolution Group, dass ich immer zu den Trainern gut fahren kann. Und alle anderen Sportsponsoren, Koso Nutrition und alle anderen. Und für die Leute in Holland, er weiß, auch am 2. April ist wieder Hauetime. Also Hauetime am 2. April. NFC 8, Jano Ernst, der NFC-Champion im Federgewicht, verteidigt seinen Gürtel im Rückkampf gegen Mert Schildedem. Tickets gibt es unter fighting.de slash Tickets. Und live übertragen wird das Ganze natürlich wie immer bei Fighting auf YouTube. Das war's von uns. Macht es gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal.